Ich muss mal eben ganz kurz auf Pause machen, weil meine Aufnahme bis 15 Minuten wieder eingeschränkt war. Oder ist es ja immer noch wie eine dämliche Schere? So, und jetzt zurück. Uah, leckiger Marsch. Wieso habe ich aus Versehensweise diese Waffe überhaupt gewechselt? Uah, ey, alter, verpiss dich! Ah, da wurde nie, hier ist Licht. Ah, solange es regnet, kann man richtig was zu trinken, äh, was zu saufen fahren. Scheiße, ich brauche unbedingt. Eingelammelte Flasche. Hä? Wieso ist denn jetzt schon wieder leer? Halt! Geh weg, du Opfer! Hä? Ach! Ja, es ist ja am Regnen. Scheiße! Weißt du was? Nehmen wir das aber so. Was kann ich dafür, wenn es regnet? Ich schlafe nur noch eine Runde. Ich darf, ne, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde. Scheiße, ich dachte, ich könnte das wieder zu Tag machen. Na gut. Bleibt nur sechs anderes übrig. Und in den Kampf zu stehen. Denn Neho ins Ei, was die, das doch mal, oder so ist es richtig. Trägt noch schön was. Scheiße. Die hat ein verdammt viel aus. Diese Schweine. Aber es hat aufgehört zu regnen. So. Jetzt sieht's doch mal ganz anders aus. Das ist doch mal ganz anders aus. haut ab ich will nicht sterben schocken scheiß und scheiße sondern dicker ein dicker verpaste ich will den dicken ich muss doch für anjur ein stück fleisch noch jagen also bei diesen und bei diesem ding da ist er also oh gott das hätte gern mein gott es wird wieder tag Gott sei Dank nehme ich natürlich mit das wird doch kein Tag ich habe das Gefühl es wird kein Tag ok jetzt kann ich meine Waffen wechseln hier ein Radieschen ist hier auch ist doch alles schön ALT verpiss dich doch mal jetzt weiß ich warum auch so viele Leute hier stehen das wird ja immer mehr mit den Zombies Gott ist das krass ja habe ich euch schon erwähnt dass ich euch alle zum neuen Jahr alles Gute zum neuen Jahr noch was wünsche kommt gut ins ins neue Jahr rein rutscht gut aus denn ähm das wird nämlich diese Folge sein zum Silvester hin und deswegen wünsche ich euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016 feiert schön mit eurer Familie mit euren Freunden und so weiter und so fort kriegt ein schön über den Durst ich tue es ich bin dann denke ich mal am zocken oder doch mal mit Freunden unterwegs mal sehen das weiß ich jetzt noch nicht das sehe ich erst morgen und das nur mal so vorab ok ich gehe jetzt zurück und werde jetzt nochmal jagen gehen wird das jetzt heller oder nicht wird das jetzt heller oder nicht oh Gott ey ok die haben einfach einen schlechten Feind ausgesucht mich ich freue mich den Blutspur um Tiere aufzustöbern ok ok es geht endlich mal wieder ein bisschen hell es geht endlich mal wieder ein bisschen hell das ist das ist muschi aha geh weg ich glaube der dicke den dicken ne gebe ich jetzt auch noch irgendeinen Namen die denn ich den nenn ich den nenn ich ich weiß es noch nicht Oh Gott was ist auch so ein die doch mal explodieren du du arsch so eine muschee auch toll dabei natürlich du hast das viel verjagt du arsch kreise einfach durch die jungen da muss doch das viele auch gleich um die ecke sein kommen wir hatten das doch genau hier aber diese schön sehr schön auch hier blutspur glaube ich wenn das meint doch nicht wir sehen hier keine blutspur muschi maus weg ich suche nur ein tier was ich essen kann für ein view und den anlass hat zu kriegen die hock natürlich wiederum das ist ja das die dicke ist ja da er ist so eine schwappel titte guckt euch den doch mal an ein der besteht nur aus titten das ding titte titte mit schrott erschossen ja die tiere die wäre ich will da gerne durch aber ich kann sich zerstören das ist ja alle kacke hier Also fahren wir mal das Fahren wir mal wieder ab hier Geht uns dann alle gut? Ja gut, Erschöpfung, Durst und Hunger Ja, ich brauch unbedingt was zu fressen Ach, verwundete Hirsche Das sind Blutspuren Nieder Ach so Okay, das ist Das ist aggressiv, Leute Das ist aggressiv So ein Morgensport Ey, Jungs, wer herrscht euch? Was habt ihr denn gesehen? Justin Bieber, hallo, weg da Ey, ihr Zombies, haut ab Nein Pui, aus Los Bist Die Schlall-Slei, hallo Puh 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 Puh